Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen Runde Let's Play Clash Royale und heute ist das Thema Top 200 in Deutschland! Dieses Intro, das war überpowert gerade, wie ich ausgerastet bin, aber es ist nice, es ist echt nice. Wir sind unter den Top 200 in Deutschland, okay, es reicht Heiko, ich muss jetzt nicht so ausrasten, ich zeige es mir jetzt. Ihr geht auf Clans, wenn ihr uns mal sehen wollt, lokal, dann scrollen wir ein bisschen runter und sind auf Platz 180, waren wir gerade eben, okay, 179 sind wir jetzt, ja, nice, richtig nice, richtig, richtig nice. Wir sind Platz 179, unser Rekord war Platz 175 in Deutschland, ja, unser Ziel ist, wir sind immer noch Top 100, also, da müssen wir ein bisschen was machen. Äh, ja, jetzt kommt's, und zwar werden natürlich auch, äh, um Plätze halt, also um halt so hoch zu kommen, werden natürlich auch Opfer gebracht, zum Beispiel jetzt hier am 1.3. 2016 alle über 650 Pokale sonst rauswurfen, dann werden die ja unten schon mal rausgeworfen, wenn die es zum 1.3. schaffen, also, naja. Es ist halt sehr krass, äh, es sind bestimmt noch schon viel von euch rausgeworfen worden, ich mach's mal an Angriff, wenn ich das erzähle. Also, ja, es tut mir leid, wenn Leute rausgeworfen sind, worden, sind, äh, oder rausgeworfen werden noch, äh, es tut mir dann echt leid, aber ich bin nicht der Anführer, wie gesagt, ihr könnt hier reinkommen, weil ich hab schon Beschwerden da gehört. Ihr könnt hier reinkommen, Leute, aber, wenn ihr rausgeworfen seid, seid mit echt nicht böse. Äh, es hat halt Gründe, entweder ihr jagt zu wenig Pokale oder ihr, keine Ahnung, ihr seid einfach zu schlecht, möchte ich jetzt auch nicht sagen, aber, es hat halt echt Gründe. Also, der Merlin wirft jetzt nicht jemanden raus, weil er den dumm findet, den Namen oder irgend so einen Dreck halt, er wirft halt immer mit Grund raus. Der spendet zu wenig, es gibt immer irgendwelche Gründe, Leute, also, ja, und außerdem seid mir da bitte nicht böse, wenn irgendwer von euch gekickt wird, weil, ich kann da am wenigsten für. Weil, ich kann's auch nicht verhindern, es hat nicht mal einen Klaren, wenn ich dann sage, ja, bitte kick den nicht, dann sagt der auch, ja gut, der hat hier das und das gemacht, sorry, aber, da kann ich den Merlin noch verstehen, ich würde jetzt den Merlin nicht sagen, dass ihr irgendwas falsch macht, ich find's auch okay eigentlich, wir wollen halt Pokale jagen, da müsst ihr ein bisschen Verständnis für haben. Und, ja, wenn ihr halt nicht aktiv mitgehabt, oder wer es halt nicht schafft, würde draus geholfen, wenn ihr jetzt wieder die Pokale wieder aufholt, und es wird wieder Platz frei, könnt ihr gerne wieder reinkommen, das ist eigentlich nicht das Problem. Wenn ihr jetzt wieder, wenn ihr wieder die, äh, erforderten Pokale vom Clan schafft, kommt einfach wieder rein. Ja. Äh, ich wollte mich noch übrigens bedanken für euren krassen Support, der Clan war sofort voll, also nach dem Video, kurz Zeit später, war der Clan voll, also richtig krass von euch. Äh, weiß ich mega zu schätzen, und, ja, wahrscheinlich sind ein paar Leute, die denken sich auch so, ja, ihr will, dass Leute in den Clan kommen, wirft, dann welche raus, aber, das wusste ich, als ich den Clan vorgestellt hab, wusste ich das selbst noch nicht mal, weil Merlin hat es kurzfristig dann entschieden. Aber, ja, okay. Ich will das Thema doch nicht lange besprechen, ja, ich hoffe es auf jeden Fall, ihr versteht mich ein bisschen, ihr müsst mich nicht ganz verstehen, aber ein bisschen, dann wär ich schon glücklich, wenn ihr mich ein klein bisschen verstanden habt. So, los geht's. Prinz, äh, wir machen gerade einen Angefliegen an Level 5, was sieht eigentlich ganz juda aus. Okay, okay, jetzt Prinz, 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 okay. Nice, nice, nice. Den Turm haben wir, komm schon, komm schon bitte. Nein, jetzt muss ich da wieder eine Rakete drauf, und das nervt mich so auf, weil seine Rakete ist sau teuer. Uah. Ja, okay, wir setzen hier den Skled, ach so, was hab ich ganz gesagt, genau, ihr seht wahrscheinlich mein Deck, Leute, es hat sich krass geändert, oder? Ne, aber, mein Deck hat sich echt krass geändert, äh, ja, ich suchte dieses Spiel echt extrem, deswegen hab ich jetzt den Giant-Skled, ich hab, was hab ich noch neu, ich weiß schon gar nicht, was ich letzte Folge noch nicht hatte, ich hab echt mich krass verbessert, ja, ich suchte das Spiel, Leute. Wer mir das nur irgendwas erstellt, ja, ich weiß, mach ich. Oh, scheiße, gerade das Vorsitzende, der hat mich gesetzt. Okay, der Angriff zieht es nach einem Sieger, also wir setzen jetzt hier den Prinz, dann wird er den wahrscheinlich verteidigen, aber sein Turm haben wir jetzt so oder so. Oh, der Giant-Skled, guck mal mit, achten auf den Giant-Skled, guck, alles zum Giant-Skled. Ne, ja, Giant-Skled meine ich, bam, habt ihr gesehen? Alter, der macht so viel Schaden, der, der Giant-Skled. Ich glaub, so heißt der doch, ja. Oh, das war grad relativ dumm von mir, ich konnte davon, ich hab mein Elixier von selbst keinen Truppen, das ist das dümmste, was man machen kann, aber jetzt hab ich's ja alles geschafft, okay. Neun Sekunden ist vorbei, wir haben gewonnen, noch nicht. Ich dachte grad, wir hätten locker gewonnen, na, gar nicht, gar nicht. Gewonnen, bam, boom, gewonnen. Äh, well-played, Kollege, äh, ich glaub, das ist ein neuer Pokal-Rekord für mich. Und Tyson, ist es nicht der, Tyson, so wird er, glaub ich, geschrieben, der Hund von, äh, Petalle. Weiß nicht, weiß nicht, ob ihr ihn kennt, aber, ja, nice. Äh, meine Pokale sind noch nicht der Rekord, genau, mein Pokal-Rekord war 1090, ich hab jetzt 1079, wollte ich sagen, genau. Übrigens, ich hab grad keine Kisten, die ich aufmachen kann, weil ich hab grade eben schon alle geöffnet, weil ich grade eben schon aufgenommen hab, aber die Folge hat mir einfach nicht gefallen und dann dachte ich, Leute, ihr bekommt nur die besten Folgen, wenn ich die Scheiß finde. Wird nochmal neu aufgenommen. Komm, so, direkt der nächste Live-Angriff gegen einen Deutschen. Oh, da hab ich echt immer Angst, weil die Deutschen sind manchmal echt krass in dem Spiel. Äh, deswegen Konzentration. Mein Deck, ach, weil ich nochmal zur Info rausnehmen wollte, mein Deck kostet durchschnittlich. Der Durchschnittspreis von meinem Deck ist halt einfach 5. 5, 5 Elixier ist der Durchschnittspreis. Ich weiß, das ist ein sauteres Deck, Leute, da wurde ich auch schon von meinem Klassenkamera extrem kritisiert, aber, ich komm mit diesem Deck mega gut klar, äh, dieses Deck ist einfach geil. Also, find ich, ich weiß, man muss es nicht geil finden, aber ich, mir gefällt dieses Deck mega gut, du hast nicht ernsthaft den Ballon. Leute, der Angriff ist auf jeden Fall verloren, das kann ich euch schon mal, äh, sagen, aber, hoffen wir mal, dass wir die nächsten dann wieder gewinnen. Ja, der ist verloren. Gegen Ballons, geb ich's zu, hab ich keine Chance. Hab ich nicht den Hauch einer Chance. Die sind so überpowered. Ich hab halt noch nicht mal was gegen Ballons. Leute, seht ihr irgendwas, außer die Hexe und die Minutes? Vor allem, die Hexe ist gegen Ballons richtig scheiße. Aber, die Hexe, oh, lol. Ich hab halt nur die Minutes wirklich gegen den, äh, Ballon. Ansonsten nicht wirklich was. Und das ist halt, äh, nicht so nice. Okay, jetzt stirbt mein Giants nicht und macht hoffentlich so viel Schaden, dass seins down geht. Nein. Nein, das war der dümmste Fehler meines Lebens. Ich bin so ein dummer Junge. Leute, guck mal, wie angeschlagen der jetzt ist. Och, nein, Leute, habt ihr das gesehen, diesen Fehler? Oh mein Gott, den werde ich mein Leben lang bereuen. Nee, das war aber echt ein verdammt krasser, dummer Fehler. Oh mein Gott. Könnte ich mir selber ja richtig in den Arsch treten. Mann, okay. Nicht aufregen. Wir müssen weiter in den Angeferien. Aber ihr seht schon, der Typ ist echt krass. Okay, jetzt schnell. Wir müssen ganz schnell Konter bei dem Ballon. Sonst hab ich da keine Chance mehr. Hab ich jetzt wieder nicht, oder? Jawoll. Stürzt ab. Kein Schaden am Turm. Das war mein Ziel. Oh mein Gott. Wir haben vielleicht eine ganz kleine Chance. Ich spiele. Ich bin ehrlich, Leute. Ich versuche auf Unentschieden zu spielen. Es ist halt... Okay, jetzt gleich ist eine Minute und gibt's doppeltes Elixier. Jetzt kann ich ihn überraschen. Warte, jetzt überrasche ich den Typ. Giantstlet. Und jetzt kommt gleich doppeltes Elixier und dann hau ich dem noch in den Prinz hinterher. Giantstlet. Oh, ein Bug kurz. Oh, der hat nicht gesetzt oder so. Vielleicht war es kein Bug, aber ich war einfach zu langsam. Bitte. Okay, jetzt wird überfallen. Überfallkommando. Let's go. Oh, der Giantstlet. Sein Giantstlet. Scheiße. Komm, geht da on. Bam, Kanone weg. Reicht das, Leute? Überfalle ich den gerade oder ist der Typ noch... Oh, die Minie ist zu früh gesetzt. Nein, 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 nein. Meine Minie sind tot. Okay, ich hab verkackt. Der Ballon gönnt sich jetzt meinen Turm, Leute. Das war's. Äh, oder? Nein, der Ballon schützt noch ab. Oh mein Gott. Ach, ich hab's doch gesagt. Da hatte ich echt jetzt keine Chance, mich abgesehen, der Ballon kam. Aber ich hab einfach gegen den Ballon generell keine Chance. Ja, Respekt, Kollege. Well played, aber ich sag ja, die Deutschen sind halt krasse Gegner. Ich will jetzt die anderen Länder nicht runter machen hier, aber die Deutschen sind krasse Gegner. Komm schon, komm schon. Ich kann die Rocke noch draufhauen. Bringt mir halt mehr so viel, weil er halt meinen Turm jetzt trotzdem bekommt. Oh, war das knapp. Verteidigen, komm, Sudden Death. Oh mein Gott, Leute. Es geht in Sudden Death, damit hatte ich niemals gerechnet. Ich muss jetzt nur noch verteidigen. Ich spiele auf Unentschieden. 50 Sekunden dann noch überleben. Und dann habe ich's geschafft. Elixier, setz doch! No Cuts ausgewählt. Oh, so eine Elixier-Verständnis. Ich hab grad... Locker sind ganz viele Elixier verfallen gerade, weil ich zu dumm war, äh, das zu setzen. Nein, ich dummer Junge. Ach, da kann ich mich über mich selber echt so aufregen, über diese Trottlichkeit. Kann ich doch auf den Sieg spielen, ne, oder? Obwohl, 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 obwohl. Wartet, Leute. Nein, 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 er hat den Ballon gesetzt. Okay, das war's. Obwohl, wenn meine Truppen jetzt nicht beeilen, ne, wird nichts. Nein, ich hätte den Ballon gar nicht verteidigen sollen. Ich hätte einfach selber in Angriff gehen müssen. Ach, ich. Voll Honk. Ja. Selbst verhauen. Ich hätte vielleicht so einen Sieg rausholen können, aber... Das passt schon so. Damit bin ich vollkommen zufrieden. Kann mir mal einen Blitz raushauen. Ist halt vollkommen kindlich eigentlich schon lachhaft. Äh, well played, Kollege. Ähm, ja. Ich glaube, jetzt ist das schon wieder am Ende der Folge. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Aber ich glaube, schon null Trophys. Ja, gut. Kann ich auf jeden Fall mitleben. Was noch im Chat los? Äh, den brauchen wir nicht. Zack, zack, bitteschön. Äh, ja. Ansonsten gibt's nicht mehr. Also, wenn ihr unbedingt im Clan drinbleiben, Leute, wollt... Äh, ihr habt den Mern noch angeführt, halt. Nein, sorry, guckt man uns nicht an. Äh, dann, ähm, spendet fleißig. Jagdpokale. Äh, seid freundlich. Dann bleibt ihr auf jeden Fall im Clan. Ich hab halt schon... Ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Aber ich glaube, ich hab mir vorstellen, wie auch gesagt, dass halt der Clan sehr krasse Ansprüche hat. Und, ja, es gibt Leute, die halten sich dran, beziehungsweise... ...halten sich dran. Die anderen haben sich auch dran gehalten, nur die haben halt nicht mit den Pokalen mitgekommen. Seid mir nicht zu böse, ich entschuldige mich an euch, aber... Ja, es tut mir selber ein bisschen leid. Ich hab nämlich halt... Dem einen ist mir so ein bisschen in den Rücken gefallen, kann ich eigentlich fast sagen. Okay, das ist echt nicht böse gemeint, aber... Ich hab halt das Video gemacht, alle reingekommen und dann wurden einen Tag später schon alle rausgeworfen, wieder so relativ viele, wegen den Pokalen. Also, das war ein bisschen bitter, weil ich das Video halt davor genau hochgeladen hatte. Äh, aber... Es tut mir leid, es war nicht meine Absicht, so. Ich wusste davor selber halt noch nicht, äh, dass es so kommen wird mit dem Pokal, ja, egal. Okay. Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Daumen nach oben, wenn es euch die Folge gefallen hat. Äh, lasst ein Abo da. Mach's gut. Servus und ciao.